Meckes und die Katastrophen waren wieder unterwegs. Diesmal in Ulm. In einem Zelt. Wir waren wieder unterwegs. Diesmal in Ulm. In einem Zelt. Dem Ulmer zählt. Idylle. Interviews. Make Corn Westheim great again. Karate Kicks beim Soundcheck. Gerne sagt man sa sa und hey hey bei Soundchecks. Sa sa hey hey. Gerne sagt man sa sa und hey hey bei Soundchecks. Du kannst nur noch wehen zwischen Künstler-Container. Allein oder rund durch die Shopping Mall drehen. Und irgendwie muss man die Miete bezahlen. Aber während dem Dreh ist es ziemlich egal. Da zählt nur noch dieses Gefühl, dass jeder es sieht, wie du existierst. Bisschen Fußball. Bisschen Fußball. Blick up Dopers. Keine Ahnung haben, wo Files sind, die man für die Show braucht. Manchmal haben wir keine Ahnung, wo Files sind, die wir für die Show brauchen. Kurz vor der Show zusammenkommen. Alles so gut. Und aufs Wesentliche konzentrieren. Baufinanzierung. Baufinanzierung. Und schon geht's los. Untertitelung. BR 2018 Danke, Ulm. Erdings, Till, Willie und Mackie bedanken sich. Vielen Dank. Zum Dank wollten wir gern etwas dalassen, wussten aber nicht was. Wir hatten schon alles auf der Bühne gegeben. Da kam erdings auf die Idee, dem Ulmerzelt zum Dank ein Kunstwerk zu überlassen. Er habe schon seit Jahren ein Motiv für diesen Moment im Hinterkopf. Und jetzt sei die Zeit gekommen. Vielleicht könnte der Vogelstrauß einen Penis haben und der Sand ist so eine Möse, wo er seinen Kopf reinsteht. Letzte Feinabstimmung. Brought to you by BCG